Ja, ja, ja... Ich sag nur ja. Wer fängt an? Ich fang an. Drei, zwei, eins... Hallo. Hallo. Spitzhacke kaputt, kacke. Spitzhacke. Ohne Spitzhacke. Spitzhacke, ne? Es ist Hacke, düst, habe ich Spitzhacke reingepackt, ja. Okay. So, Hacke aus schnell aus der Kiste ganz unten geholt, lauf wieder nach ganz oben, um da mein Gewächshaus anzubauen. Gewächshaus. Gewächs... sexy Haus. Ne, der war nicht halb so gut, wie ich den im Kopf hatte. Den du irgendwie gedacht hast. Ja, ja, ja. Hm, wie baue ich das am besten? Oh, ich hab grad noch ne geile Idee gehabt, aber dafür brauche ich ein bisschen... Obwohl, ich hab ja... Kohle und Sand hab ich ja... Also Glas. Also Glas, genau, genau, genau. Aber du weißt trotzdem nicht, was ich meine. Glaspain. Nein. Das hab ich nicht gemeint. Okay. Weiß nicht. Nur das Sand mit... ohne Blöcke. Das meinte übrigens trotzdem Glasblöcke. Okay. Und so ein Glashaus... Ah, Gewächshaus aus Glas. Ein Glasdach drüber hab ich mir gedacht, vielleicht. Okay. Ach so, ja, für die Zuschauer da draußen steht jetzt mein Pferd. Dein? Steht? Mein Pferd? Oh. Oh, dein Pferd. Ich spiel in letzter Zeit zu viel Darkseilers auf der Wii U. Wie geht? Okay. Ich hab noch ein Mixbox, aber okay. Tja. Tja. Ja. Naja, ich will jetzt nicht mit dir drüber streiten, was besser ist. Na, ich auch nicht. Das tun genug Leute im Internet. Ja. Und mir ist auch egal, ich hab es. Ja, hier soll jeder spielen, woran er Spaß hat, ne? Ja. Ja. Weil ich ja für jede Konsole das spiele, also. Ja. Ich hab zum Beispiel, ich hab die Konsole, weil ich Zelda und Smash Bros. mag. Okay. Und einfach mit... Zum Beispiel Halo ist nicht so mein Fall, deswegen hab ich keine Xbox. Okay. Na? Ja. So, bitteschön, Internet. Es gibt auch Leute, die sich vertragen, auch wenn sie verschiedene Konsolen mögen. Beispiel. Paradebeispiel hier. Ah, ich hab kein Essen mehr. Scheiße. Ich hab auch kein Essen. Oh, noch ein Apfel, aber trotzdem. Yay, time to farm. Weil ich mir ne Sense gebastelt habe. Ich hab noch gar keinen Eimer. Ich kann mir da oben ja gar nichts anpflanzen dann. Also doch, kann ich wohl, aber... Ich hab noch keinen Eimer Fall zu hochkommen. Ja, ohne. Boah, ich hätte grad ne richtig gute Idee. Wenn... So Eisenhaft kannst du auch ruhig einmachen. Ich hab kein Eisen. Aber ich hatte trotzdem grad eine gute Idee. Okay. Oh, ich werd das Ding jetzt einfach in der Wand verstecken. Richtig gut. In der Wand? In der Wand. Hier. Oh, das haut noch ein bisschen weiter halt so. Rot und so. Dass nochmal Haus aussieht. Ja, ich glaub so mach ich das. So, so mach ich das. So mach ich das. So mach ich das. Ja, genau. Ähm, so. Ne, nicht damit. Ähm, welches Material nehm ich mir denn dafür am besten? Hm. So mach ich das so. Ah ja, Polish Diorite. Das kann ich dafür nehmen. Das sieht ganz cool aus da oben. Oh. Oh. Oh, ja, das sieht in Ordnung aus. 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 Oh, ja, das sieht von hier oben dein Zaun. Bitte? Ich sieh von hier oben dein Zaun bisschen. Mein Zaun? Den von, wo das Pferd drin steht? Ja. Das ist so ein Teil für die Hände für den Gehirn. Ähm, weiß noch mal, wie dein Opti-Find kann man nachmachen? Ist das ein Slowman oder was? Ich kenn mich mit Opti-Find hier aus. Okay. Da sollte er etwa aber nicht in Ordnung. Ah. Ja. Und dieser, ich hab's gebraucht in deinem Haufen. Dann brauch ich nur noch einen Wassereimer. Woraus baue ich mir denn meine Dachterrasse? Ah. Erstmal... Aus. Klar. Aus. Oh. Das könnte man machen. Aber ich glaub, ich will erst mal das Dach oben machen. Vom Gewächshaus, oder? Ja, vom Gewächshaus noch. Also das Gewächshaus und von meiner Bude ist das ja dasselbe. Das Gewächshaus ist ja ganz oben. Kannst ja auch ganz hoch bauen eigentlich. Ich überleg grad, reicht das noch mit der Kohle oder muss ich nur eine reintun? Ich weiß es nicht. Was hab ich denn eigentlich noch? Ich hätt noch ein Netherrack. Aber, ne, ne, äh, dachte ich, was aus Netherrack selber stimmt scheiße aus. Ja. Was? Was? Was ist los? Okay. Ich hab grad bemerkt, mein Programm nimmt grad nicht auf. Oh, das ist natürlich blöd. Okay. Womit nimmst du eigentlich auf? Und einmal selbst normal und dann noch meine Stimme mit App. Oh, das ist hier. Oh, das ist hier? Weil irgendwie mein Mikrofon wird so irgendwie ein bisschen leiser eingestellt und dann macht sie wieder so eine Lausher ein bisschen höher das Fahrrad. Ja, mit R6iT habe ich noch nicht so oft gearbeitet. Ich musste einmal in eine Folge nachvertrauen, weil irgendwie mein Mikrofon nicht richtig eingesteckt war. Da hab ich einmal mit R6iT aufgenommen, aber normalerweise nehme ich mit Fraps auf. Oder, wenn ich an der Konsole aufnehme, hab ich ein extra Aufnahmegerät dafür. Ja. Von dem ich jetzt nicht sage, wie es heißt. Weil ich den Namen gerade vergessen habe, aber... Oder weil ich nichts sagen will, das ist mir auch mein. Nein, nein, einfach nur weil ich es vergessen habe. Ja. Wie weit ist das Glas? Das Glas... Oh, beim letzten Block. Das ist super. Ich hoffe, das reicht für das, was ich damit vorhabe. Planbar. Ja. So, ich brauche wahrscheinlich meine Schaufel und meine Spitzacke, deswegen packe ich mit die Schirp... Spitzacke in die linke Hand und die Schaufel in die andere, aber dann kann ich mit F einfach wechseln. Das finde ich voll geil, diese Mechanik. Okay. Oh, ich muss da... Oh, irgendwie... Oh. Ja. Da ist mehr bei meinem Haus, als ich dachte. Oh. Aber das kriege ich schon in den Griff. Das kriege ich hin. Wer hat doch gelacht. Ups. Jetzt stecke ich fest. Zack, zack. Also hast... äh... hast du deinen Ton jetzt nicht aufgenommen, oder? Ja. Theoretisch kannst du dann ja einfach den von mir nehmen. Den von dir. Ja, da bist du ja auch mit drin. Oh ja. Wenn wir den schicken können, das dann irgendwie nach... Oh ja. Gucken... Ja, dann werde ich einfach das... Weil ich, wie gesagt, mit Flaps aufnehme, die hat das dann ja in einer Datei. Ja. Aber das kann ich bestimmt mit Camtasia daraus editieren. Wie meinst du auch editieren? Dass ich nur die... äh... also, dass ich das Videomaterial wegnehme und das in der MP3 umwandle. Bitte. Wie hoch muss ich eigentlich? Bin ich nicht schon viel zu hoch? Ja, aber egal. Was... Ich... Ach, ich werde, ob ich nochmal war. Ich muss mal schauen. Wie hoch muss ich denn eigentlich? Bin ich nicht schon viel zu hoch? Da muss ich dran, okay. Da muss ich dran, okay. Äh, ach so. Ja, ich bin der Trottel. Ja, ich bin der Trottel. Witzig, ich komme mir grad vor wie auf der Arbeit. In der einen Hand die Spitze, in der anderen die Schaufel. Auf der Arbeit ist es in der einen Hand ein Bies, in der anderen eine Kehrschaufel. Ja, nicht. Ach so, was ich vorhin meinte von wegen, ich arbeite jeden Tag mit Leuten, die das geistige Niveau von Dreijährigen haben. Ich meinte damit, ich arbeite in einem Kindergarten. Ah, okay. Na? Kindergarten, ja, okay. Ja, ja. Okay, ja. Gibt jetzt alles ein bisschen mehr Sinn. Ja, ich... Ich arbeite... ...mit Metall. Mit Metall. Interessant, interessant. Ich mache eine Ausbildung dann. Ja. Ja. Ich bin jetzt... Na, bald in der Ausbildung. Ich muss erst mal ein Praxisjahr machen. Ach, das ist ja auch so. Aha. Da bin ich durch. Habe ein bisschen zu hoch angefangen. Ähm, wie weit muss ich denn noch da, aber... Oh, ich sehe einen Creeper. Hä, hä. Oh. Man muss ein Zeitvertreib. Der sucht Zeitvertreib. So. Komme ich da hinten ran? Oh ja, ganz knapp. Super. Ja. Aber wenn das mal... Ups. Wenn das mal ne gute Idee ist. Was? Irgendwann fällt mal irgendwas von der Spitze des Berges auf mein Haus. Und dann explodiert es. Da macht es ungenommn. Ich lüge Loch da rum. Eine. Schreie. Eine. Schreie. Die. Eine. Trütt. brahim. Ich hab hier auch weit genug. Ne, ich musste eigentlich noch einen Plug darüber. Ja, jetzt bin ich richtig. Oh, ich finde immer meine Spitzsacke nicht, weil ich sie in der anderen Hand halte. Voll dumm. Oh, hab ich noch eine? Nein, ich hab keine Spitzsacke mehr. Oh, ne. Naja, wie ich meine neu basteln. Das ist jetzt nicht so wild. Aber den Rest, die Erdige, mach ich noch weg. Oder sowas anderes hin. Okay, ich hab beide mit Doppelkäse voll von Cobblestone. Das ist schön für dich. Ja, ich kann mir den Weg dazu haben. Kannst du dir von einem Cobble-Baby kaufen? Ja. Also, wie sieht das von innen aus? Ja, 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 ja. Ausbaufähig, aber in Ordnung. Ausbaufähig. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus, wenn die Klippen da drüber so hochragen. Ja, ich komme mal durch. Ich kann eh noch Wasser holen, aber... ...komm, was halt nicht so gut ist. Stöcke... Nein, ich hab natürlich keine Stöcke, aber ich hab ja noch Holz. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und zack. Die schneide da drüber. Und ich hab wieder eine Spitzacke. Und ich nehme noch die zweite Schaufel mit. Ich finde es schön, dass es übrigens auch ohne Wasser wächst. In meiner Zeit Sonnenlicht von oben irgendwie. Aber nimm halt eine Fakel und stell die dazu. So, wo hab ich das denn hingetan? Da hab ich den Stein hingetan. Wer kommt denn da unten? Irgend so ein Typ. Bestimmt, der bestimmt bewältigen. Oh. Oh. Guck mal da oben. Hi. Oh, siehst du auf die Kohle. Ja, ich weiß, ob es Kohle. Oh, siehst du auf die Kohle. Was ist dahin zu klettern? Ich weiß, du darfst sie dir von mir aus holen, ne? Ich brauch die nicht. Ach, ich will das wachher hin und zu lern, darf ich das wachher hin machen? Wenn du möchtest das schon wieder hinmachen. Halt den Proben. Oh, da ist schon. Oh, da ist schon. Super, ist nur da. Ich bleib bei deinem Haus. Ich bleib bei deinem Haus. Bitte? Oh, das ist super. Super, komm. Du kannst du anfangen zu explodieren bei dir. Oh ja. Aber er ist schwimmen gegangen. Alles gut. Okay. Ich hab wirklich drei Hexen verloren. Ich hör nur was mit explodieren und das sind ja nebenher hinter sich so... Ah! Scheiße! Okay. Ich hab jetzt noch keine... Unendlich, dass ich da dahin gefällt. Unendlich, dass ich da dahin gefällt. Wenn wir zu ihm wachsen. Wir haben wachsen. Dankeschön. Bitte schön. Ja, schau uns bitte mal an. Okay. Schau uns bitte mal an. So komme ich hier sicher runter. Ob ich die Kohle noch mitnehmen muss? Mal schauen. Oh, ein Stein zu wenig, das ist ja doof. Oh, ein Stein. Schade. So knapp und heute sind auch vorbei. So knapp. Du hast übrigens die andere Seite vergessen. Einfach sagen, ja, ich kann's so machen mit der Eisenheit jetzt. Hahaha. Du bist ja witzig heute. Ja, ich weiß. Heute bin ich mal wieder witzig. Ist heute ein witziger Tag? Ja, es ist Mittwoch. Ich glaube, sterb ich wieder mal. Beim Essen. Holger Hühnchen. über Warte mal, ich Skype ganz froh, dass der Server nicht leckt. Hör ich auch, weil am ersten Tag ist ja eine Grausame. Ja, das stimmt. Leider hatte ich schon mal eine aus einem anderen Projekt Video Lack Attack genannt, deswegen konnte ich das nicht nochmal benutzen. Okay, dann willst du auch Mods, oder? Bitte? Willst du auch Modpacks? Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Gibt doch auch Modpacks in Minecraft. Ja, das gibt's wohl. Willst du die auch oder eher nicht? Ich will lieber Vanilla. Okay. Ich bin gleich an der Kohle dran, die du vorhin gesehen hast. Besser gesagt, ich bin dran. Oh, ich sieh dich sogar hier oben. Du siehst mich? Ja. Okay. So, Kohle wird abgebaut. Erfahrung. Oh, die Kohle fällt mir runter. Die muss ich gleich einsammeln. Oh, oh. Oh. Oh nein, ich höre ein Skelett. Und ich häng grad hinten am Abhaken. Obwohl, nein, ich stehe so weit weg von jedem. Ich wäre grad beinah runtergesprungen. Ich wäre so tot gewesen. Oh, also nicht tot, tot, nicht tot, sondern tot, tot. Tot, tot. Tot, tot. Oh, hallo Skelett. Es ist scheinbar grad irgendwo in meiner Nähe runtergefallen. Okay. Ich hab's nur aufschlagen gehört. Oh, ich hab noch jemand anderes aufschlagen hören. Ja. Aber nur in den Chat aufschlagen. Oh, ich bin gleich oben. Yay. Und es wird Tag. Wird es Tag? Oh, da braucht sich einer mehr Dirt hoch. Ja, ja, ich bin wahrscheinlich bald. Meine Spitzheck ist kaputt. Zum Glück hab ich eine zweite dabei. Oh, okay. Ich hab so mitgedacht. Ich hab so mitgedacht. Ja. Jetzt einmal mitgedacht. Einmal mitgedacht, ne? Ja. Ich kann ein ganzes Leben retten. Ich hab auch zwei Schaufeln dabei, um nicht mehr runterzukommen. Oh, okay. Zwei Schaufeln. Richtig gut. Fehlt mir noch ein Schallschraubenzieher. Ich sollte nicht vorwärts springen. Das wär hier eine ganz dumme Idee. Oh, doch. Oben auf meinem Bäck ist da ein Baum drauf. Ein Baum? Ja, den wusste ich noch gar nicht. Das Skelett verbrennt da oben gerade. Das finde ich schön. Und ich bin fertig. Ich hab den ganzen Schacht jetzt ausgehoben. Okay. Sonst muss ich ja nach unten. Das seh ich beharbar. Ich muss ja gleich aufpassen, dass ich nicht versehentlich noch das Glas nach einschlage. So, und jetzt siehst du mich nicht mehr. Wunderbar. Da können jetzt Mobs runterfallen. Und dann hab ich hier dauernd Monster-Loot oben drauf liegen. Mit etwas Glück. Ist doch schön. Ja, ja. Wunderbar. So. Achso, ich muss hier außen noch ab... Oder hatte ich das schon abgesichert? Ne, das hatte ich noch gar nicht abgesichert. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil hier oben. Meine Dachterrasse noch. Ich glaub, ich weiß, wie ich die mache. Aber dazu muss wieder Stein in den Ofen. Ich hab ja 64 im Inventar. Und sogar ein paar Mal 64. So, und abwarten. So, ach ja, hier hatte ich den Rest meiner Kohle. Hat die schon gesucht. Dann fang ich schon mal mit dem Rest an. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Aber ich stehe, glaub ich, gleich... Du sagst einfach gar nichts. Ja, ich bin ganz so holdig, weil... Geht gar nicht, geht gar nicht. Doch. Nein. Und wenn ich nein sage, bleibt das dabei, ja? Okay. Das haben sogar Dreijährige schon verstanden, ne? Ja, aber ich... Okay, Dreijährige... Okay, da kenn ich andere, aber... Okay, aber... So, wie baue ich das jetzt am besten? Oh, da ist meine untere Etage. Ham, da sollte ich vielleicht nicht reinbauen. Oh, ich gebe einfach den Stein unten, der sollte inzwischen fertig sein. Ich gebe einen großen Teil jedenfalls. Ach so, das war nun mein Väter drauf. Die hatte schon... Was sind das für Geräusche? Keine Ahnung. Das ist da draußen ja nur am Stöhnen, das Vieh. Ist ja auch ganz knochig. Englisch nur wird's witzig gewesen. Ein bisschen zweideutig, aber egal. Das ist ja auch ganz knochig. Das Beste ist, mein Haus habe ich zwar jetzt schon ziemlich weit gebaut, ich habe auch noch kein Bett. Oh, das war zu weit. Naja, obwohl. Ist egal. Gibt es eigentlich Steinzäune oder sowas? Ja, muss es geben. Da muss ich nur nachgucken, wie ich mir die Bauer auf... Mein Gewächshaus da oben wird sowas von nicht ertragreich sein, einfach weil es mega winzig ist. Hm, das wollte ich... Achso, das wollte ich hier ran. So. Können theoretisch auch gleich die Folge beenden. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten oder so. Ja. Aber musst du entscheiden. Ja. Du bist ja. Und du bist ja. Du bist ja. So. Oh Mann, warum wächst kein Bäumchen und kein Essen denn? Ich glaube, ich habe zwei Wörter davon verstanden. Warum wächst kein Bäumchen und kein Weizenchen? Weiß ich auch nicht, warum das... Ich weiß auch nicht, aber es nervt mich nur gerade. Ich stehe hier vor meinem Fenster und warte, dass er mit Freudenbaugeln endlich mal wächst. Okay. Tja. Achso, achso. Ich habe mich erinnert, was ich wollte. Ich wollte irgendwas aus meiner Kiste holen und dann hatte ich vergessen, was. Dann fiel er ein, das war eine Tür. Ja. Warum nicht? Kann man ja machen. Du wolltest Sachen vergessen. Was brauchst du denn, dass du nicht brauchst? Ja. Ja. Es regnet bei mir. Juhu. Bei mir regnet es nicht. Okay. Mir geht es gut. Okay. Ja. Muss ich überlegen, wie ich dann nochmal hochkomme. Hm. Nochmal mit Erde. Dann lasse ich das einfach so. Da haut da sogar noch was raus. Ja, das gefällt mir mehr. Jetzt sogar noch besser. Ja. So. Vielen Dank. So, also sollen wir die Folge beenden? Ja, können wir machen. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute? Ja. Würdest du das auch sagen? Ich würde sagen, das war es auch für heute. Ich habe keine Lust mehr, was zu bauen. Oh, ich schuld. Ich werde wahrscheinlich aufs Kühn noch ein bisschen weiter basteln, aber... Ich wollte die Folge jetzt aber zu Ende bringen, weil sonst dauert das Stunden zum Hochladen. Wenn du eine Verbindung hast, dann nicht. Aber wenn du eine Scheiße in der Verbindung hast, dann dauert es Jahre. Ja, das stimmt wohl. Naja, ich benutze ja nur die von meinen Nachbemittagen. Dann ist ja okay. Dann geht's ja. So. Okay. Also. Das war es für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.